Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge BrautTV. Nachdem es in den letzten beiden Videos um ein Geldgeschenk für Brautpaare ging, dreht sich heute alles um kleine Aufmerksamkeiten vom Brautpaar für die Gäste. Und zwar dreht sich heute alles um das Thema Notfallkörbchen. Ich erzähle euch in diesem Video, was es damit überhaupt auf sich hat, packe mit euch zusammen unsere Notfallkörbchen für unsere Gäste und habe außerdem noch Druckverlagen und Checklisten für euch. Also dranbleiben lohnt sich. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, was hat es mit den Notfallkörbchen auf sich? Bei uns werden die Notfallkörbchen neben den Waschbecken in den Toilettenräumen stehen. Einfach gefüllt mit vielen Kleinigkeiten, die die Gäste vielleicht gut gebrauchen können und eventuell vergessen haben. Und ja, damit es den Gästen an nichts fehlt, haben wir diese Notfallkörbchen vorbereitet. Ich war dafür einkaufen und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich die richtige Menge eingekauft habe oder ob ich an alles gedacht habe. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Gerne auch Informationen gebt, welche Produkte ich noch vergessen habe. Dann hole ich das auf jeden Fall noch nach. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Notfallkörbchen für die Männer. Denn da ist deutlich weniger drin als für die Damen. Da sind mir viel, viel mehr Sachen eingefallen. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ich habe das Ganze in so ein Körbchen gepackt. Das habe ich bei Teddy gekauft. Hat, ich meine, 2 Euro gekostet oder 3. Ja, sieht so aus. Und ich fand das sehr schön, sehr schlicht. Ich habe dazu auch noch Schilder gemacht. Die zeige ich euch dann am Ende des Videos. Ja, was ist da alles drin? Zum einen habe ich hier einen Kamm drin. Außerdem für den Notfallpflaster. Dann ist da ein Antifleckenstift. Das ist super wichtig. Gerade bei weißen Hemden, da passiert schnell mal ein Unglück. Und dann ist da Fleck drauf, gerade nach dem Essen. Oder bei der Torte. Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel macht super Flecken. Und dafür ist dann dieser Fleckenstift gedacht. Dann haben wir hier noch einen Haarlack in schwarz. Außerdem noch Zahnseite. Dann noch Kaugummis. Und zwar habe ich hier die Wrigley's Extra Professional White genommen. Brillenputztücher. Eine Handcreme von Nivea Man. Und eine Nagelfeile. Und das war es auch schon mit der Box für die Herren. Ist euch noch irgendwas aufgefallen? Was fehlt in dieser Box noch? Lasst es mich wissen. Dann hole ich das auf jeden Fall noch nach. Und dann kommen wir mit der, wie ihr sehen könnt, deutlich volleren Box für die Damen. Was habe ich da alles reingepackt? Da habe ich Stromfosen in verschiedenen Größen eingepackt. Von jeder Größe eine. Dann sind da drin noch Blasenpflaster. Und zwar für die Zehen und für die Fersen. Wer den ganzen Tag in High Heels läuft, der weiß vielleicht, dass das ganz schön gut sein kann, wenn man dann Blasenpflaster dabei hat. Und deswegen habe ich hier eine Packung eingepackt. Außerdem sind auch hier Pflaster enthalten. Ich werde auf jeden Fall auch noch einen Hinweis in die Box geben. Wenn medizinische Produkte benötigt werden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer, dann sollen sich die Gäste an unsere Drauzeugen oder an die Bedienungen der Location wenden. Denn ich möchte ungern medizinische Produkte in diese Notfallkörbchen setzen, weil wir auch Kinder auf der Feier dabei haben. Und da ist mir das Risiko zu groß, dass die sich dann davon irgendwas schnappen. Das ist viel zu gefährlich. Ja, dann ist da noch so eine kleine Klappbürste enthalten. Außerdem eine rosa Handcreme. Dann ein Haarspray. Ein Nailset. Denn ja, es passiert schon immer ein Unfall, dass irgendwie der Saum vom Kleid gerissen ist. Und dann ist es ganz cool, ein Nailset da zu haben. Das ist so ein kleines Set. Das habe ich jetzt nicht in den Kopf, die Männer, reingepackt, sondern nur in den für die Damen. Hier habe ich so pinke Zahnseite-Sticks. Außerdem ebenfalls Brillenputztücher. Eine pinke Nagelfeile. Ein Fleckenstift. Außerdem sehr schön verpackt. Einmal Tampons und einmal Binden für den Notfall. Dann außerdem noch ein kleines pinkes Deo. Und Kaugummis, die sind natürlich auch in rosa. Ja, und das war jetzt der Inhalt meiner beiden Notfallboxen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich vielleicht vergessen habe oder wovon ich vielleicht noch mehr kaufen müsste. Da wäre ich euch super, super dankbar. Wenn ihr noch ein paar Ideen braucht für die Notfallboxen, dann verlinke ich euch mal eine Checkliste, die mir auch super geholfen hat. Da stehen so ein paar Tipps drauf. Natürlich kann man dann selbst entscheiden, was man dann noch haben möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich zum Beispiel Sonnencreme einpacken soll. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob das Sinn macht in diesen Boxen. Dann lasst mich gerne mal wissen. Und damit die Gäste auch Bescheid wissen, dass sie sich da bedienen dürfen, habe ich hier zwei Notfallschilder gemacht oder zwei Schilder, die ich an die Boxen eben hinstelle in so schönen edlen Bilderrahmen. Unsere Hochzeitsfarben sind rosa und grau mit weiß und silber kombiniert. Deswegen habe ich für die Damen hier das Schild in rosa ausgedruckt und für die Herren in grau. Und ich finde diese Kombi sieht super schön aus, vor allem auch mit diesen weißen Körbchen, wenn das dann so im Badezimmer steht oder in den Waschräumen eben. Finde ich das super, super schön. Und wenn ihr diese Schilder auch ausdrucken möchtet, dann habe ich eine Druckvorlage für euch. Und zwar sind da 16 Farben enthalten und hoffentlich auch eure Farbe. Den Link zur Druckvorlage packe ich euch auch mal in die Infobox. Und das war es auch schon mit der heutigen Folge BrautTV. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Ideen für die Notfallkörbchen geben. Das nächste BrautTV-Video kommt kommenden Sonntag. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wünsche euch jetzt noch einen super schönen Sonntag und ganz viel Spaß bei den weiteren Hochstagsvorbereitungen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!